Guten Morgen Illuminaten! Herzlich Willkommen zur 23. Folge von Guten Morgen Ui! Ich habe einen Vorschlag. Griechenland gewinnt gegen Deutschland im Viertelfinale von der Europameisterschaft 2012. Nicht aufregen, ich werde auch erklären warum. Ist es jedenfalls ein guter Vorschlag. Ein Kaffee ist so geil, wie wenn in einem Film über Ronaldinhos Leben Luke Mockridge den Ronaldinho Dildo spielen würde. Ganz im Ernst, in Deutschland gibt es einen unglaublich hohen Griechenhass, der immer mehr steigert. Immer heißt es die Griechen, die ist die Griechen. Das ist ein unglaubliches Geschimpfe auf Griechen, nur weil sie Griechen sind. Auf Menschen. Eine Hetze, die alle empören sich, obwohl sie überhaupt keine Ahnung haben, aber Hauptsache es geht gegen irgendwen. Und da sind die Griechen ein schönes Opfer. Und die Bild-Zeitung hetzt in ihrer bekannten Manier gegen die Griechen, was das Zeug hält. Früher haben sie gegen die Asylbewerber gehetzt, oft gegen die Türken und jetzt gegen die Griechen. Und es ist eine Fremdenfeindlichkeit, die da zutage kommt, die einfach nicht schön ist. Es nimmt absurde Züge an, dass die Bild-Zeitung einen Reporter geheim ins Hotel der Griechen geschickt hat, um zu berichten. Dabei ist es so, dass die Griechen in einem ganz normalen, billigen Hotel sind, wo normale Pauschal-Gäste auch sind, weil die Griechen sparen müssen. Und dann beschweren wir uns immer, die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist natürlich exklusiv irgendwo, weil die haben ja Geld und es wird überall reingepumpt. Und wir beschweren uns, dass die Griechen nicht sparen würden. Dabei, naja, was soll's. Jedenfalls dachte ich mir, dann wäre es doch cool, oder ganz witzig mal, wenn bei diesem Spiel, wo natürlich erwartet wird, dass Deutschland Griechenland aus dem Euro, aus der Euro schmeißt, dass da mal Griechenland gewinnt jetzt gegen dieses tolle Team, von dem ja fast schon der Titel erwartet wird. Es würde mir ein wenig leid tun für Löw und seine Mannschaft, weil die finde ich komischerweise gar nicht mal so verkehrt. Die spielen recht anständig, sind witzig drauf und so ein, zwei von der Mannschaft haben auch was im Hirn und sind nicht nur Fußballer. Um die würde es mir ein wenig leid tun, aber komm, das ist ja nicht so schlimm. Um die Nation wäre es egal. Mich würde dann nämlich mal interessieren, wie da dann die Bild-Zeitung und wie die Leute reagieren würden, wenn die griechische Mannschaft tapfer die deutsche Mannschaft schlagen würde. Ich fände das einfach lustig. Und es ist nicht wirklich so schlimm, es ist nur ein Spiel. Es ist nur Fußball. Es ist scheißegal, wer da gewinnt. Es ist wie, wenn man mit Freunden Mensch ärgerlich nicht spielt. Es geht nun mal wirklich. Es geht um nichts. Das muss man nicht ernst nehmen. Die eine Mannschaft gewinnt, die andere verliert. Ist doch scheißegal. Es ist Fußball. Es ist ein Spiel. Es ist ein Spaß. Es ist Unterhaltung. Wo man was gegen tun muss und was bekämpft werden muss, ist Fremdenfeindlichkeiten. Das ist viel wichtiger. Und von daher wäre es doch mal ganz nett, wenn Griechenland gewinnt. So, das war das. Zu meinem nächsten Thema komme ich jetzt zeitmäßig nicht. Kaffee ist geil. Hallo! Aufstehen! Und ich freue mich auf eure Kommentare. Heute mit dem Guten Morgen Erleuchtete, habe ich das überhaupt gesagt? Ist es, glaube ich, einfacher zu erraten als gestern mit Guten Morgen Sandkiste. Ihr könnt schön in den Kommentaren raten. Ich gebe euch vielleicht einen Tipp, warum habe ich heute statt Guten Morgen Erleuchtete gesagt. Irgendwas anderes wollte ich auch noch sagen. Aber ich habe es vergessen. Habe ich nicht irgendwas aufs vergessen? Vergessen, vergessen, vergessen. Mir tut alles eh immer noch weh und es ist so schwer aufzustehen. Naja, Kaffee ist so geil. Wie, wer da gewonnen hat, mache ich morgen, weil, oder übermorgen, weil ich muss das nochmal nachschauen. Aber jedenfalls war es was Nettes und hat auch zu einer Geschichte geführt, ich erzählen muss. Ihr merkt, so die letzten paar Sekunden machen überhaupt keinen Sinn von dem, was ich gerade erzähle. Aber ich habe halt auf die Uhr geschaut und gemerkt, ich habe noch ein paar Sekunden da, was Neues anzufangen. Wäre jetzt doof. Und jetzt klingelt auch schon das Telefon. Hallo, ist da jemand? Es geht nicht, aber ich habe ein paar Sekunden. Okay.